Herzlich Willkommen zur Klassik-TV-Hausmusik, diesmal ohne Cello, sondern mit Controbass. Matthias Schorn, Solo-Karenizist der Wiener Philharmoniker, das ist sozusagen die Base und rundherum noch ganz viele andere Projekte. Körperlichkeit im Spiel, was kommt da für die Klassik, was kommt da dem zugute aus der Volksmusik? Ist das einfach ein Drauflosspielen oder eine Freude oder wie kann man das beschreiben? Einfach Drauflosspielen wäre vielleicht zu einfach gesagt. Volksmusik ist Musik, die manchmal nicht den Umweg über den Verstand sucht, sondern direkt ins Herz oder in die Beine fährt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020